Musik Musik Ja, es wäre eigentlich, Moment mal, morgen ist Freitag, das heißt, morgen arbeitet Annika. Ja, es wäre gut, wenn morgen jemand hier hätte, den Tag über, mit der Wasserstraße kommt. Der Biggs wahrscheinlich wäre jetzt immer noch nicht angemessen. Äh, können wir gerne übernehmen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017